Blub, blub, Leute! Willkommen zurück zu Let's Play BattleTech! Beim letzten Mal hatten wir wieder sehr viel Glück bei einem Auftrag und haben den eigentlich ganz gut bewältigt, haben ihn sogar perfekt bewältigt. Haben dafür extra Payment bekommen, plus 30%, was ziemlich nice ist. Ich hoffe, das ist additiv. Ansonsten wäre es ein bisschen doof, wenn ich erstmal plus 10% bekomme und dann nochmal davon plus 20. Hätte ich lieber direkt plus 30. Äh, egal. Ähm, ja, wir haben die Hauptstory entdeckt unter unseren Contracts, nämlich die Priority Mission von unserem Benefactor. Würden wir jetzt einfach mal 33.000 kassieren, äh, das reicht mir aber nicht. Wir werden das noch die Patrol machen und dafür zu Detroit, also nach Detroit fliegen. Ich habe mir aber noch was überlegt und zwar, ich bin nicht so zufrieden mit unserem Blackjack, ehrlich zu sein. Ich kann sie jetzt nicht testen, aber mich würde interessieren, ob ich die AC-2s vielleicht sogar direkt ersetzen kann durch AC-5s und die zwei Medium Laser dadurch ersetzen kann, um dann meinen Heat Sinks zu sparen, also beziehungsweise um meine Hitze-Generierung, meine Heat Efficiency ein bisschen zu verbessern und meine Firepower gleichzeitig mit zu verbessern. Denn ich glaube, AC-5s würden mehr Damage machen. Ich glaube, da müssen wir mal ein Auge drauf werfen. Erstmal, ja gut, können wir uns ja schon mal auf die Reise begeben. So, Patrol. Ihr seht schon, hier können wir den Rap-Bonus reinhauen, wenn wir einfach fast nichts nehmen, dann kriegen wir Ultra-Rap. Kommand, I hope you are in good health. This contract may interest you. It fits your skills and the strengths of your company. With any luck, we'll both get what we want out of this job. Das wäre schon nett. Äh, Reputation? Ich weiß nicht, ob ich einen Rap-Bonus will. Ich denke mal nicht, wir sind der Tundra, das ist sehr gut, das ist ein bisschen besser für unsere Heat Sinks. Es ist ein Battle, your objectives to engage and defeat the lands of enemy units is a stand-up fight, so Frontline Combat Units are recommended. 96.000 und eins von sechs, hm. Also eins Priority, sechs Stück kriegen wir. Insgesamt, das ist wirklich insgesamt. Reicht uns das für einen Auftrag oder wollen wir lieber 1-4 gehen? Äh, aber wir kriegen Max hier als Gegner, das heißt, es wäre wahrscheinlich lukrativer, wir würden das machen. Und nur 96.000 dafür nehmen. Ich meine, allein unsere vier Piloten kosten mehr als das. Da kostet jeder über 28.000 oder sowas. Wir nehmen das, komm. Hoffen wir, dass wir ein gutes Salvage bekommen. So, First Day. 243.000 Operating Expenses. Äh. Wo ist es denn? Operating Cost, okay. Bank Loan Interest Payment. Wir zahlen nur die Interests, really? Kann ich nicht ein bisschen mehr zahlen? Äh, Moral Effect ist Zero, weil wir auf normal Expense Level sind. Das können wir aber ändern. Wir könnten mehr geben, Generous. Weil wir gut, gut, äh, verdient haben. Wir können Extravagant nehmen. Wir hätten aber nur zwei Monate, die das durchhalten. Kriegen plus zwei Moral. Wir könnten auch Restrictive sein. Wir könnten sagen, Leute, wir müssen alle ein bisschen, ähm, äh, ein bisschen die Gürtel enger schnallen. Und, äh, wir verdienen halt gerade nichts. Minus zwei Moral. Also, der, der Minuseffekt ist viel schlimmer, als der Plus, äh, als der Plus-Effekt positiv ist. 50.000 mehr ist, denke ich mal, okay. Plus minus null Moral. Wir, wir können es leisten. Momentan. Äh, okay. Wir sind weiter auf dem Weg. Okay, der Blackjack ist done. Während wir am Jumptrip andocken. Ich mag diese kleinen Szenen. Ich finde die toll. Die sind total superfluous. Also, die bräuchte man nicht, aber... Sehr gut. Dann, gucken wir jetzt aber nochmal ganz kurz in die Bay rein. Ich würde eigentlich auch gerne mit zu mir reden, aber das machen wir vielleicht am Ende, wenn wir noch Zeit haben. Mal gucken, wie schnell es geht. Äh, wenn ich einen Blackjack refitten würde. Hm. Er hat nämlich nur einen Heatsink. Das ist sehr, sehr schlecht. Ich habe hier aber die Möglichkeit... Nee, das ist Support Weapons, ne? Ja, erinnere ich mich dran, dass da welche hin können. Wir haben echt nur die AC2s, die da rein können. Das ist ein bisschen doof. Können ich die denn wenigstens zu AC5s ändern? Machen 45 Damage. Im Gegensatz zu 25. Ich meine... Oh, wir haben nur eine. Wirklich? Die Range würde runtergehen. Okay, also ja, die haben wirklich eine kleinere Range. Äh... Optimal Range... 360 Meter. Die Dinger haben eine Optimal Range von... 480 Metern. Machen aber auch nur 25 Schaden, während die hier 45 Schaden machen. Fast das Doppelte. 8 Tonnen. 6 Tonnen. Die Tonnen sind sogar gar nicht mal viel mehr. Wir würden schon einiges verlieren. Was wäre unsere Gesamt... Ammo? Wie viel würden wir verlieren? Wahrscheinlich schon einiges, ne? Wir bräuchten noch die Ammo. Wir würden schon einiges verlieren. 31, 31, 56, 56, 58, äh... 36 sogar nur. Oh ja, wir würden eine ganze Menge verlieren, Leute. Puh. Aber generell wäre es gut. Wie viel Ammo ist hier drin? 25 Rounds. Das heißt, um die 12 für jeden. 12 Schüsse für jeden. Die machen auch mehr Stability Damage. Aber auch mehr Heat. Ist halt auch blöd. Wir sind jetzt schon Ultra-Heat in den Fischen. Wenn ich die hier wegnehme, die hier reinpacke... Ja, wäre Plus-Minus-Null. Würde mir anzeigen. Das ist strange. Ich meine, wir können da noch ein bisschen mehr Heat reinpacken. Aber, warte mal. Wo sehe ich hier irgendwo... Irgendwo... Wie viel Ammo ich jetzt habe? Warum sehe ich das nicht? Ich meine, Durability. Sehe ich aber nicht, wie viel genau. Ich hätte gerne die genauen Amor-Werte. Für alles an Ammo. Ich weiß, dass man das irgendwo sehen muss. Kann ja nicht sein. Diese Amor-Werte hier. Ich meine, die sind jetzt hier auf 85. Hier auf 60. Sind sie auf 36. 36. Also wir haben fast keine Amor mehr. Das geht einfach momentan nicht, Leute. Revert Changes. Ne, ich glaube mit 5... Okay, der hat 45 Tonnen. Keine 55. Aber mit 45 Tonnen können wir da nichts machen. Momentan. Okay, gehen wir mal weiter zu der Mission und schauen einfach mal. Ich will nicht so wenig Amor haben. Das finde ich jetzt schon teilweise ein bisschen weniger. Als es sein sollte. Aber es wäre schon gut, die Waffen aufzubessern. Auf AC-5s. Vielleicht sind AC-10s ja genauso groß, wenn wir mal welche sehen. Muss man mal schauen. Ich mag die Designs auch. Die sind cool. Sind ordentliche Designs. Hier sieht man auch die McBay Dropspots. Vier Stück können wir droppen. I guess proceed. Ja, komm. Zur Not reden wir danach mit Samir. Äh, ich würde die gerne ändern, Freunde. So. Ich hätte nämlich die, die... Der, der zuerst geht, immer hier. Okay. Nix dann Medusa. Bleibt leider erstmal. Ich meine, kriegt ihr eh Bezahlung. Also, ne, ist gut. Wir müssen ihr auf jeden Fall mehr Tech geben. Warte mal, das würde ich gerne. Ähm. Wir könnten ihr Tech nämlich hochbringen. Standing by. Und zwar sogar bis hierhin. Indirect Fire Penalty geht runter. Sie kriegen ein bisschen mehr Geld, aber oh well. So ist, so ist das Leben. Du könntest Evasive Movement bekommen. Du könntest... Oder auch Bulwark. Das wäre für ihn natürlich auch ganz gut. Sensor Lock macht ihn nützlicher, finde ich. Multi-Target bringt ihm gar nichts. Absolut nicht. Aber ein Sensor Lock. Wenn er dem kleinen Mech bleibt. Könnte ganz gut sein. Ich bin noch unentschlossen bei ihm. Bei mir... Ach so, weil Commander. Okay. You cannot be killed in combat, but can still be injured or otherwise sidelined through normal means. Ach so, weil ich halt Plot Armor habe. Was ich auch ein bisschen doof finde, aber ich meine, es macht nur Sinn. Service Record. Okay. Deployment 3. Mech kills 3. Other kills 2. Hm, ich bin gar nicht mal schlecht. Cool. Kann ich noch irgendwas verbessern? Tactics brauche ich nicht. Piloting wäre das Einzige. I mean... Ja, maybe... Ist mir der Base Melee Hit. Warum nicht? Glitch. Glitch braucht Guts. So oder so braucht die Guts. Kriegst ein bisschen mehr Geld. Medusa. Du kannst überhaupt nichts trainieren. Du bist einfach doof. Sorry. Ich bin echt geneigt, dem Sensor Lock zu geben. Bei this Mercurial gain Plasmon initiative and remove one bar of stability damage when reserving. Ähm... Hm. Can move after shooting. Mit einem Light Mech vielleicht ganz gut. Könntest du praktisch ballern und wieder zurückgehen. Aus dem... Aus dem Target praktisch. Breaching Shot wäre natürlich auch ganz nice. Ich weiß nicht. Ich glaube, Piloting und Tactics wäre ganz gut für ihn. Ich nehme einfach Tactics. Komm. 45 Meter Minimum Range. Oh. Ach so. Minus 45 Meter. Okay. Interesting. Ah. Ich verstehe. Ja, davon wäre es eigentlich nicht so gut, weil er hatte nur Laser. Aber Sensor Lock könnte halt helfen. I'm not sure. Ich lasse es nochmal. Ich gebe ihm einfach ein bisschen Gunnery. Damit er ein bisschen besser trifft und that's it. Das reicht schon. Okay. Ab zur Mission. Ich bin mir noch nicht so sicher mit ihm. Wenn wir ihn jetzt in Medium Mech stecken, dann braucht er den Quatsch nicht mehr so. Spider hier rüber. Du hier rüber. Ihr tauscht aus. Sehr gut. Multiple Hit, Multiple Hit, Bulwark. Okay. Die wäre Multiple Hit auch noch gut. Definitiv. Ich glaube, da gehen wir auch hin bei ihr. Ich wollte nur erstmal Tactics hochmachen, weil sie ein bisschen Waffenplattform mäßig ist. Ähm. Okay. Warum hat der Spider überhaupt gar keine Firepower mit den zwei Laser? Ja. Zwei Laser, ne? Aber er ist ja auch nicht unbedingt dafür gedacht. Er ist ja mehr ein Spotter. Also von daher wäre halt Sensor Lock wirklich gut. Der Rest von Tactics noch nicht. Ich finde, Tactics sollte woanders... Also Sensor Lock sollte woanders sein. Sensor Lock sollte bei Gut sein oder sowas. Das würde mehr Sinn machen, meiner Meinung nach. Gut, äh, also Sensor Lock und Bulwark oder sowas zusammen. Bulwark als zweites, weil es doch schon sehr mächtig ist. I don't know. I don't know. Okay. Battle, Max Pay 96.000. Ja, hier sollte nicht Max Pay stehen, weil das ist unser ausgehandeltes Pay. Genauso Salvage. Mal gucken. Destroy Pirate Lands. Pirates sind eben ein Disrepair. Da haben wir noch ein bisschen Glück. Da haben wir nicht so viel Armor zu durchbrechen. Also wir brauchen noch nicht ganz so starke Waffen. Jetzt halt gerne noch ein PPC, ne? Hoffentlich haben die keinen PPC. Sind wir echt hinüber. Mit Gott dem Commander, right out in the open. These guys are amateurs. Get eyes on them and take them out. Gut hunting Commander, Oliver out. Ach ja, es kann sein, dass es hier nur sehr wenige wieder sind, ne? So zwei Leute. Das wäre ja wieder echt lame. Das ist Decker diesmal, weil ich ihn hier nach vorne gepackt habe. Jetzt will ich erstmal die anderen nehmen, damit ich weiß, wie weit ich laufen darf. Ich mag den Windekälter irgendwie, ich weiß auch nicht. Obwohl ein Centurion, wenn auch ganz nice. Dammit. Ich wollte Beemot noch bewegen. Ich darf sie wohl noch bewegen. Bevor wir in Combat Time gucken, wirklich. Dann geh halt hier hoch. Unsere laufende Weapons Plattform. Nennt man halt, wenn ein Mac nur Raketen hat, zum Beispiel, dann sind sie Waffenplattform. Definitiv Reserve. Das einzige, was wir gerade auf dem Schirm haben. Eigentlich könnte ich sagen, alle Reserve. Sehr gut, komm, 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 hierhin. Ich meine, sie könnte das Ding wahrscheinlich instant ausschalten. Jetzt habe ich denke, dass das eigentlich eine ganz gute Idee ist. Skorpion. Goodbye, Skorpion. Hat ein Laser ist nicht so gut im Treffen, aber... Das wird schon. Das wird wahrscheinlich overkill. Oh, nicht, wenn das PPC nicht trifft. Wenn das PPC nicht trifft, dann war es super, dass ich alles geballert habe. Oh, dahin ist auch schon... Ah, damn. Das ist ein Sniper Turret, oder? Ich kann da nichts sehen, Leute. Ähm... Hast du von hier feuern? Ja. Ich könnte noch weiter vorgehen, aber ich glaube, ich gehe lieber hier hin und feuer. Ich weiß, wir haben so viele LRMs, wir sollten einfach die feuern. Und das müssen wir auch. Sehr gut. Ich weiß nicht, warum der Haken da war, der Hänger. Äh, es liegt nicht an mir. Das muss das Spiel sein. Also zumindest nicht an meiner Aufnahme. Okay. Na, hier muss irgendwo ein Turret sein. Wahrscheinlich irgendwie, wenn der Schuss kam, so hier irgendwo. Sehr schlecht, sehr schlecht, Herr Specht. Diese Wand aus Stahl, ey. Das ist so krank. Guck, wie riesig der Shadowhawk ist. Wow. Ich meine, Deckard. Ich finde, Deckard soll da einfach weg. Ich würde hier hin, aber hier ist, äh, unebenes Gelände. Rough terrain. Rough terrain. Terrain. To the rain. Dennoch wäre es wahrscheinlich besser, weil Forest on cover. Und hier haben wir zumindest einen Überblick. Hier können wir vielleicht die schneller entdecken. Okay. Yes. Sehr gut. Und Striker. Der Schaden genommen hat durch irgendwas. Ach, ne, ist wahrscheinlich einfach, weil er Pirat ist. Ganz schön viel Schaden. Oh, come on. Really, Glitch? Again? Du willst schon wieder für 30 Tage ausfahren? Willst du mich verarschen? Aber gut, sie hat ein bisschen mehr Guts. Vielleicht fällt sie nicht ganz so lange aus. Können wir einen Direkthit machen. Das ist aber nicht so klug, schätze ich. Äh, Glitch, möchtest du dich revanchieren? Wie wäre es damit? Warum kann sie nichts machen? Ach so, ist es noch nicht dran. Decker ist dran. Äh, Reserve. Und wir gucken, ob der ankommt. Yes. Na, komm. Reveal yourself. Dammit. Decker könnte ihn revealen. Wir könnten ihn dann mit Raketen niedermetzeln. Ähm. Vielleicht nicht das Beste, was wir machen können. Decker hat keinen Sensor-Lock. Jetzt könnte ich Sensor-Lock zum Beispiel gebrauchen. Dann könnte er Sensor-Locken. Wäre selbst safe. Und wir könnten ihn mit Raketen pulsen. Ja, ich glaube, Decker wäre eine gute Wahl für einen Sensor-Lock, Leute. Gehen wir zumindest Sicht auf ihn. Hm. Ich denke mal, das ist okay. Kaum Hitze-Entwicklung. Das liegt daran, dass wir Tundra haben. Ja, ich wollte schon sagen, wenn das Ding jetzt nicht duft fliegt, denn da so viele Lasers. Die alle auf dieselbe Stelle treffen. Ne, das ist durchgebrannt eigentlich. Die hätten an der anderen Seite draus kommen müssen. Zehn Moral, wow. Very nice. Können sie reservieren. Aber aufsparen wäre das ja wahrscheinlich eher. Ähm. Hm, hier können wir sogar noch auf das Ding feuern. Wir wissen zwar nicht, wie gut das geht, aber... Ich weiß nicht, wie weit der laufen kann. Der konnte schon ein ganzes Stück laufen, aber ich hoffe mal, der kommt nicht so weit, wie wir sind. Das heißt, er muss auf einen von uns ballern. Ansonsten... Ah, ha, 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 ha. There it is. Oh nein, wir stehen in... Oh, geothermal. Äh, das ist neu für uns. Haben wir noch nicht gesehen. This unit moves... Moved through geothermal terrain. It will only sink 50% of its normal heat until the end of its next activation. That is bad. So bad. Ein Locust, sonst ist ja gar nichts. Können wir auch nicht treffen. Das ist noch Brace. Ja, ein Glitch noch. Ein Glitch könnte stehen bleiben, einfach. Ein paar LRMs drauf. Das hat ein bisschen viel Evasion. Decker, wie sieht's aus? Tun wir was Sinnvolles. Ah, der wird eh Decker hauen, ne? Decker könnte sogar hingehen, hinter ihn, und ihm einfach eine wischen. Das ist auch kein Guarded mehr. Wir haben 50% zerstört. Wir haben zwei Vehikel drauf gehen lassen. Das heißt, es sind nur noch die zwei. Go for it. Ja, wir hätten noch weniger salvage nehmen sollen. Hier wird nicht viel bei rumkommen. Nice. Kein Guarded mehr. Und das bedeutet... Ah, Glitch kann hier nirgendwo was bekommen, ne? Ja, es sind Long Range. Ich hätte nochmal auf die Dings achten müssen. Naja, ist egal. 20%? Ne, macht keinen Sinn. Das war dumm. Ich hätte dich jetzt weiter zurückgemusst dafür, damit die ordentlich ziehen. Bitte sei nicht so gemein und geh hinter mich. Das ist okay. Das war sogar sehr dumm von dir. Dein Vindicator sollst du nicht viel machen. Wehe, du triffst schon wieder ihre Kanzel. Dann haue ich ihn. Sehr gut. Alter, schon wieder die Kanzel getroffen. Die ist schon wieder für einen Monat außer Gefecht. Ähm... Ich glaube, das ist sinnvoller. Das Schiff zu ballern hier. Ein Schiff habe ich das erste Mal hier gesehen. Oh, da... Was? Der Panzer ist unter Wasser? Das ist mich verarschen. Okay, da ist zumindest kein Overheat-Issue. Ich gebe ihm alles, was ich habe. Nice. Ich bin 50. Stockjack's Post. Vorne kommen wir also durch. Oder beziehungsweise an der Waffe war es, glaube ich. Ja, war klar, dass du auf ihnen Feuerst. Das einziges Target. Wirkliches Target. Das ist der echt durchs Wasser fahren kann, finde ich komisch. Wir müssen doch alle ersaufen. Strange. Okay, äh... Mein Blackjack-Freund. Du kommst nicht so weit. Glitch. Glitch wäre eh besser für das andere. Behemoth. Äh... Behemoth kann ihn auf jeden Fall treten. Und dann gerne von hinten. Mach kaputt. Jetzt kommen wir auch voll durch. Die wird sofort gekorrt, wenn der... Wenn der richtig... Wenn es richtig trifft. Ja. Wow. Das ganze Ding wurde zerstört. Ja, nicht mehr wirklich, Mädel. Du hast uns gerade ziemlich viel Geld gekostet, aber es ist okay. Ich habe ja gesagt, du solltest es so machen. Okay, ähm... Ja. Ob hier Laser wenig effizient sind? Das wäre eigentlich nur sinnvoll im Wasser, ne? Genauso unsere AC-2s. Äh... Gehen nur die AC-2s. Oh, im Wasser gehen keine Laser? Aber eben habe ich auch Laser drauf geballert. Na gut, die sind wahrscheinlich nur zu weit weg. Dann. Enemy-Unit. Destroyed. Pirate Lands down. Immilkron. Just as we expected. Good work, Commander. Sehr gut. Dafür sind wir so lange hingereist, Leute. Nicht gerade effizient, aber hoffentlich finden wir hier noch einen, ähm... In Detroit noch einen Auftrag. Ansonsten müssen wir wirklich die Priority-Mission machen. Was schon Sinn machen würde, weil... Ihr werdet es sehen. Das weiß ich noch, was da kommt. Die habe ich noch gesehen. Bei Ante Elysium. Der hat das echt gut gemacht. Interessant auch. Äh... Pirate Lands 96.000. Und wir kriegen überhaupt nichts, ne? Keine Schäden. Wunder. Ja, außer Injured schon wieder. Oh, Goddammit. Äh... One Priority One. Total of Six. Können wir noch einen Locust-Tile holen? Der Rest ist eh irgendwie ziemlich interessant aus. Und SRM Six. Aber ich glaube, SRM Five sind... Äh... Ne, das war Six war das Bessere. Ne, hier Heat 14. Ich glaube, hier war noch SRM Four, glaube ich. Äh... Ja, genau. Six für SRM Twos. Für SRM Four sind es acht Heat. Und für SRM Six sind es 14 Heat. Und du denkst dir so, what? Was habt ihr denn bitte geraucht? Wir nehmen den Locust und den Rest. Nehmen wir, was wir kriegen können. Very nice. Gab doch noch einiges. Hätte ich nicht gedacht. Und das eine Teil vom Locust, warum nicht? Das wertvollste dort gewesen, meiner Meinung nach. Um so einen ganzen Mac zu verkaufen, bringt ja was, wie man sieht. 130.000, das ist schon gute, gute Money. Wenn wir noch so einen zusammen bekommen, dann haben wir für den Monat schon fast die Kosten gedeckt. Was traurig ist, wir haben sehr viele Tage hier verbracht. Aber jetzt werden wir noch mehr verbringen, bevor wir weitermachen können, wirklich. Außer wir nehmen halt Medusa. Immer Medusa mit. Ich meine, wenn Glitch dauernd nur sich in die Kanzel schießen lässt, also kommt gerade wieder raus, direkt wieder bei einem in die Kanzel. Kann ich auch nicht helfen. 19 Tage, du willst mich doch verarschen. Gut, dass sie mehr Guts hat. Dadurch heilt sie, glaube ich, ein bisschen schneller. Ähm, haben wir noch einen Contract? Oh yeah. Hier haben wir noch zwei. Key Personnel wäre nice. We have an opportunity to eliminate a key figure in the local government hierarchy in this system, which will leave the organization in chaos and ensure safety for Marek operations. The target will be relatively unguarded and vulnerable. Ja klar, mhm, da kommt dann ganz sicher noch irgendeine Verstärkung. And we'd like you to strike in this window of opportunity. Hitting a middle manager. Not much glory, but it pays. Nice. The target won't be alone, Commander, and there's a bonus if we clean up the escorting units. Still if things get too hot, we can always hit and run. Ja, also ihn nur killen und abhauen. Ähm, Asset Retrieval klingt auch gut. Aggressive Intrusion klingt auch gut. Aber die sind alle gut, die würde ich alle gerne machen. Bevor wir die Benefactor Mission machen, weil... Hier ist sogar Travel included, das heißt, hier kriegen wir einfach plus einfach mal 33.000. Nice. Ähm. How can I help, Commander? Kriegen wir vielleicht noch ein paar interessante Infos. Hey Commander, something I can do for you. Ähm. Does the decision we made about uncertified contracts satisfy your concerns? My concerns won't be satisfied until our creditors have been paid and the loan sharks are off our backs. But this is a step in the right direction, and that makes me happy. I'm not blind to the risks that uncertified contracts entail, by the way. I mean... I know that what we're doing is dangerous, but it's the best chance we've got to dig ourselves out of this hole. So... Um... Some questions about navigation, maybe? I don't know. Nice. No tutorial. Who does this weg is? Uh... I'm collecting stories about the crew. Tell me something about yourself. Well, I'm from a noble family like you. We're old money. Made our fortune out in... Russell... Hague. Russell Hague? A minor interstellar state conquered 700 years ago by the Draconis Combine, now officially known as the Russell Hague military district, then repatriated to the Taurian Concordat. That's where I grew up. The Taurian Concordat is one of the largest periphery states, located Rimward of Terra. Of Terra? Okay. Beyond the Federated Sons. Founded and ruled by House Calderon, the Concordat prides itself on its independence, freedom, and stability. The Concordat is wealthy, well-educated, and well-armed for a periphery state. The Taurians defend their independence fiercely against inner-sphere aggression, particularly by the Federated Sons. They perceive House Davian's reputation as a protector of liberties as unwarranted and even hypocritical. And they have a long history of conflict. Why is he actually a comma? Sorry. Why is he actually a comma at the end? I'm totally confused. With a much larger successor state. The current ruler of the Concordat is protector Thomas Calderon. I'm not sure if this is the kind of stuff you were hoping to hear, but we can talk about whatever. I'm not shy. Where in the Concordat are you from? I grew up on New Vandenberg. It's a nice enough place, I suppose. Do you like birds? You are sure. Then you'd like New Vandenberg. It's basically one big aviary. Something like two-thirds of the native fauna has feathers. Wow. Flutters on the wind and splatters its excrement across every available surface. Actually, I don't like birds. I don't like them, but Gary's is a little different. Naturally, the original colonists adopted the feathery little monsters into the culture, and those of us that came after were kind of stuck with it. Statues, fountains, murals, you name it. Just a giant feathery pile of screeching alien birds. If the system had a motto, it'd be Squawk. I get the picture. You sure? Because I could keep going. I hate birds, is what I'm saying. That may be an unpopular opinion for a pilot, but I'll stand by it until the day I die. Where'd you learn to pilot a leopard anyway? The Torian Naval Institute on New Vandenberg. Well, among other places, it's a big campus. The low-gravity training station orbiting Lompoc was my second home for a time. TNI, the Torian Naval Institute, flight training isn't usually open to civilians, but my parents had good credit back then, and they could name-drop Protector Calderon. That'll get you pretty far in the Concordate for a while, anyway. Protector Thomas Calderon. Thomas Calderon succeeded his mother, Zarentha Calderon, as protector of the Torian Concordate in 3017. House Calderon leaders are known for their pragmatism and sound judgment. Thomas is no exception. That actually doesn't sound bad. The other cadets in my class weren't especially happy, sharing air with a civi, but they couldn't say much. I was nobility and they weren't. Everyone sort of kept me at arm's length, so I had plenty of time to concentrate on my studies. That's not bad, sometimes. I got my certification in both dropship and jumpship operation in four years. I even tried working on a commercial jump crew for a while, once upon a time. The people were fun, but it wasn't for me. The ratio of flying to violent jump sickness scoot hard in the wrong direction. The ratio of flying to violent... Ach so. The ratio of flying to violent jump sickness. Okay, also sie hatte sehr große Sprungkrankheit. Die war da wahrscheinlich genauso schlecht wie mir auf dem Boot. What can you tell me about Hausmeier? You're looking at it. My parents are both gone. Blood cancer and heart disease. Not really good. Respectively. Both readable, but they were out of money at that point, so into the ground they went. Wie arsch, ey. Das ist eine ganz schön fiese Gesellschaft hier. Ich meine, unsere ist ja nicht anders. Ditto, my brother David, who ran off to serve in the third succession war and never came back. I'm sorry. Er sagt mir doch nicht, I'm no stranger myself. Aha. The galaxy was at war for nearly 200 years, Commander. People died. You don't need to apologize for it. And truthfully, I was never really all that close to any of them. David was 13 years older than me and had a foot out the door before I turned three. And my parents, well, they raised me by proxy in the traditional noble fashion. There was no real bond there, even when I was young. None of this is to say that my folks were bad people. They weren't. They were just doing what they knew. Their upbringings had been outsourced just like mine was. Anyway, that's all I've got to say about my family. They're gone. I'm here. The end. So, you've got another question or should I get back to our duties? Your family came from Rasselhaik? It was a long time ago, but yeah. As my parents told it, we were landowners on Pomme de Terre. Pomme de Terre? Bei der Kartoffel? Oder beim Apfel der Erde? It's an agricultural world. Sort of the breadbasket of the Draconis Combine. And yes, I know that Pomme de Terre means potato. Ja, eben. My ancestors came from the planet Potato. It took some time for me to accept that, but hey, here we are. Anyway, moving on. Hausmeier's holdings were meager, but the value of that land was astronomical. For minor nobility, we were really very wealthy. And then the third succession war broke out and the political rhetoric got ugly. Hausmeier didn't want a single part of what was happening, so my ancestors emptied their accounts and ran. As a rule, Haus Korita takes a really dim view of nobles who cut and run. Words like traitor and defector start getting thrown around in the Combine. You really don't want to be on the receiving end of allegations like that. I wouldn't be standing here today if Haus Calderon hadn't granted my ancestors' asylum in the Concordat. In all likelihood, Hausmeier would have been wiped out before I was even born. Let's talk about something else. It's a little depressing here. Dankeschön. Aber cool, wir wissen jetzt einiges über die Leute. Ja, und ich würde sagen, das war schon der Part. Ging ein bisschen schnell, aber mal gucken, was noch die McMurriers hier leisten können. Das ist schon wieder out of order, ey. Ich bin geneigt, die Piloting zu geben, einfach just because. Da kann ich hier nicht sehen, was es gibt. Ein Breaching Shot bei ihr wäre super. Ich mag sie. Ich will nicht, dass sie dauernd drauf geht. zwei, zwei Injuries taken, drei Deployments. What? The fuck? Du hast auch noch nicht genug gesammelt, aber, hä, du hast verloren, welcher? Ach nee, ich hab dir ja Gunnery oder sowas gegeben, ja. Behemoth, äh, dir fehlen 200 für Gunnery. Ich will das alles vollhaben bei jedem, das ist wichtig. Medusa, ja, du kriegst gleich wieder ein bisschen was. ich hab genug für mehr Piloting, hab genug für ein bisschen Tactics. Piloting maybe, unsteady threshold, klingt gut. Klingt gut, so viel wir können. Wir können bis zu vier Injuries haben. Hm. Gary Moreno. Ich finde das Bild super gut. Schön gelungen. Rank regular. Regular McWarriors shows some competency in compatibility and have begun. Demonstrate credit capability in one or more skill areas. Ich hab das Gefühl, ich werde Guts gehen. Guts und Gunnery. Der Rest ist irgendwie Quatsch. Also mit den Fähigkeiten hier. Und zwar hauptsächlich Gunnery. Ich will den Breachshot noch haben. Taktisch ganz gut. Nicht sehr viele taktische Optionen, was die Leute hier bieten. Aber okay, Leute. Wir müssen hier einen Cut machen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ist ein bisschen ein kürzerer Part geworden. Ist nicht so schlimm. Und lasst mir einen Kommentar da. Vielleicht auch, was ihr von der Story der Leute haltet. Wie gesagt, wenn ihr es noch nicht getan habt, sagt mir, welche Macs ihr am meisten mögt. Wahrscheinlich alle Heavy Macs könnt ihr mir fast vorstellen. Also, dass alle von euch Heavy Macs am meisten mögen. I don't know. Sag mir, welche Arten von Macs. Ich werde noch ein bisschen Ausschau nachhalten. Vielleicht sehen wir so einen. Und joa, dann. Ne? Bis zum nächsten Mal. Lasst mir noch einen Daumen da. Und bis bald, Leute. Tschüss.